Ich stehe hier, Frank. Du weißt, ich will helfen, aber ich habe eine Familie, und das wird zu verrückt. Wir sehen uns, Agent. Alles, was du planst, zu tun, gute Glückwunsch. Ich glaube, die Waffe hier wird mir etwas mehr bringen. Sie sind Terrorist, und du siehst allein. Ich kenne mich ja nicht so wirklich mit Waffen aus, aber so ein bisschen ja schon, ne? Naja, ähm... Ah, cool, da hinten ist die Freiheitsstatue. So, und da hinten habe ich die Waffen gesehen, ja. Ihr könnt euch nicht verstecken, aber das sind zwei Leute hier. Also wirklich schlechtes Versteck. So, da sind keine, oder ist es das? Doch, es sind nur welche. Also wirklich, dass ich die nicht gesehen habe. Okay, die erledige ich an. So. Nein, schon. Nein, schon, nein, schon, nein, schon. Boah, was ist das denn? Also... Boah, sind die wegge... Haben wir die da richtig weggegeben? Boomst. Okay, ähm... Na geil, ich hätte vorher reloaden müssen, bevor ich die Waffen aufnehmen will. Hätte aufnehmen können, aber egal. Gut, dann nehmen wir uns mal die Typen nach vorne. Da vorne, da, die... Ohne, wie schön. Ich schieße... Komm schon. Ah. Bisschen daneben. Okay. Schauen. Äh, schon! Ah. Ich wollte diesmal auch nicht so eine lange Folge machen. Das heißt, nicht wundern, wenn diese Folge etwas kürzer ist als die Lenden. Hä, das Gewehr ist ja gut. Das ist verzieht zu schnell. Ich muss aufnehmen und so ein Teil achten. Ach, dann haben wir ihn... Haben wir den erledigt? Sieht so aus. Okay, jetzt müssen wir noch Dinge hier... Komm schon, zeig dich... Was? ach sind wir doch nicht so wirklich alleine wenn uns vielleicht helfen würde ja genau das da geht es doch direkt und der fliegt aber richtig weit weg hat es auf jeden fall gebracht so dann gehen wir mal an bord so dann gehen wir mal auf das schiffchen so dann gehen wir mal hier weiter lieber auf der rechten Seite so dann gehen wir mal hier weiter ja ähm und so weiter das Spiel machen wir jetzt die ganze Zeit weiter ok jetzt habe ich den Produmer eingesammelt ja so da geht hin wo es geht zu nichts nochmal rein ja neue neue beste und besser äh und nochmal hier Medipatch so einmal loaden und dann gehts weiter schön weiter ganz gemächlich alles hinter der Welt nein Schatz so ähm Bingo Bingo Stinger Missile Variante ich bin bettet es gibt keine Bingo 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 Stinger Missile Variante ich bin bettet es gibt keine Manufakture Stamme oder Serialnummer die Gelegenheitssysteme ist nicht da das ist ein Stück von Eviden das unsere Forensik-Departement würde für ja ok ich glaube ich wir müssen es aus die leiter aber ich glaube dies da kommen wir nicht dran ja super dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück ok 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 dann gehen wir mal den ganzen Weg zurück super ich kann nicht mehr laufen so da sind die da sind die Schreiner weg 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 ok wir müssen sie hier aufhalten ähm so ich werde direkt wieder unser Beschuss genommen äh ich glaube ich nehme durch jetzt mal die wieder ah ne also runter so dann nehmen wir auch noch mal zack 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 Mann 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 so wer ist das hier noch ne da ist noch einer so wir haben auch runter da ist sonst keiner mehr und ja die anderen sehe ich nicht so die wollten wir nicht so jetzt schau schau jetzt so so haben wir den auch mit dieser Waffe erfolgt falsch down gebracht ok dann müssen wir mal schleunigste hin spritten aber ok jetzt kann ich nicht mehr Mann ist das anscheinend was was ach da oben so so i don't get this ähm ja gucken wir mal ob wir jetzt mit der Karte hier rein gehen äh reinkommen können ja sieht anscheinend aus crown schieben wir mal hier in die Ecke hätte das aber schon gelesen ok 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 äh das ist gerade so ein bisschen mehr genau naga zeigt euch hm was hat das ich so ich das eine beste das ging aber schnell so hier äh gibt's noch mal hier informationen für uns keine ahnung was das bringen soll so irgendwelche zusätzlichen Punkte oder so. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, da ist nichts, aber hat sich erledigt. Ne, schon gar nicht. Hab ich nicht erwischt. So, schon reloaden. Weiter geht's. Böse Tür. Das ist direkt der Nächste. Freiheitsstatue. Ach du Scheiße. Oh Gott. Der hat einen... Okay, wie sollen wir das jetzt machen? Das muss ich deinen Typen mal übernehmen. Schau. Du dich. Dich. Wow. Was ist das? Du bist doch nicht runter. Mensch, was gibt's doch noch? Oh. Okay. Good work, Shepard. The nation owes you a debt of gratitude. We should part ways here. Aber ich möchte dir eine Once-in-a-Lifetime-offer machen. Shepard, ich möchte dir für Prism arbeiten. Weiter geht's. Das werden wir bestimmt tun. Ja. Und dann haben wir hier, ähm... Die erste Mission schon erledigt. Skill-Level easy. Warten wir jetzt nicht Minion? Egal. Intelligent Gathered 80. Number of Kills 96. Number of Terrors Stunnet. Was auch immer was Stunnet bedeuten soll. Dann werde ich gleich mal googeln. Ja. So. Dann haben wir das erste hier. Das hier fertig. Und dann werde ich in der nächsten Folge mit dem zweiten anfangen. Bis dahin, äh... Ja, noch viel Spaß. Und, äh... Ciao. Bis zum nächsten Mal.